Du hast eh die gemacht über die Kamera. Ja, okay, neuer Premium-Content für Nostara Forks. Sehr gut. Also, ich komme nicht so nah ran an Cringe, Fremdscham oder Scham oder Peinlichkeit. Das ist nur hier ein unangenehmer Moment. Jetzt sehen die alle, dass ich hier gerade einen Adblocker installiert habe. Das ist ja richtig unangenehm. Cringe ist jetzt schon wieder. So, wir haben nämlich hier dieses Szenario. Und das war so, dass wir uns da entscheiden mussten, wem wir diese Punkte verteilen von diesen Menschen. Und wir hatten uns, glaube ich, auf die Aileen geeinigt, die Fußballerin. Aber bis zuletzt war ich nicht ganz einig damit, weil ich ein schlechtes Gefühl hatte, weil wir mit dem Kollegen vom Deutschen Handverbanden am Tag vorher in seinem Zimmer rumgechillt haben, ohne Drogen konsumieren. Und deswegen war ich mir bis zuletzt uneinig, wer diesen Punkt jetzt bekommen soll. Und ich habe richtig viel erzählt und habe währenddessen überlegt, ja, scheiße, wer kriegt denn jetzt strategisch klug diesen Scheißpunkt am besten? Hast du es dem Handverband gegeben? Ich habe es im Endeffekt dem Georg gegeben. Das ist halt echt blöd, ne? Weil ihr habt ja, glaube ich, verloren. Nee, dadurch haben wir zum Glück nicht verloren. Sonst haben wir richtig in den Arsch gebissen. Das waren zwei Punkte Unterschied. Ja, also... Warte, mach mal bitte Frühscreen. Allererstens würde ich mal ganz kurz noch Elton Respekt geben, dass er mitgemacht hat in den Zeiten. Warte, warte, warte. Das ist echt ein Thema. Ich meine, geplant war, dass du da stehst, kurzfristig. Ich wurde das Geld ableidet. Gleich kommt auch ein Spruch, der geht, wir sind nicht schwul, aber, und er kommt richtig falsch rüber. Das ist das letzte Zeichen. Ich meine, wir sind nicht schwul oder so, aber ich finde es echt richtig geil. Der Witz war, wir sind nicht schwul, aber ich fand es richtig geil. Das war der Witz, aber so klingt es ein bisschen schwulenfeindlich. Ja, es ist echt eine schwere Entscheidung. Wir haben echt coole Sachen dabei. Wir haben hier mit Georg schon gechillt. Bei ihm denke ich mir aber, wahrscheinlich hat er seine Präsenz hier auf der Bühne. Da wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass wir eben den Punkt nicht geben, aber dann wurde ich unter Druck gesetzt. Hau raus jetzt. Du komm, siehst du. Also ich würde sehr gern Georg, die Stimme trotzdem geben. Wie ist das gut? Wie kommt die Stimme von Georg Terrapin? Es war in dem Moment die Stimme trotzdem geben. Ja, in dem Moment habe ich diese... Ja, ist ja gut. Er hat sich aufgewirkt, weil ich so viel labere. Richtig, richtig gut, richtig gut. Ja, also in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich würde, habe ich quasi die Entscheidung getroffen, wer diesen scheiß Punkt bekommt, weil ich bis zuletzt überlegt habe, wie kann man das klug machen, dass der Schlechteste die Punkte von uns bekommt. Und dann war ich aber doch so eingeschüchtert, weil ich halt den Georg liebgewonnen habe. Wenn du im Fernsehen warst, sagst du es jetzt. Nein. Also, ich verlinke euch den Spaß mal in der Beschreibung, falls ihr das noch nicht kennt, weil das sei ein großer Spaß. Der Auftritt an sich war nämlich auch ganz cool. Es war ein bisschen dumm, weil die Kollegen verrafft haben, Musik einzuspielen. Dadurch war es ein bisschen übel leise bei uns. Und ich kann noch einen richtig guten Cringe-Moment zeigen. Ja. Er kriegt hier richtig Behind-Seeds. Warte, mach nochmal bitte ein Cringe-Gesicht für das thumbnail. Sehr gut. Was könnt ihr euch dann in HD in Ruhe angucken? Wir haben ja Kalle als Trolling-Singer im Publikum gehabt. Und eigentlich war der Plan, dass da bestimmt Leute sitzen mit irgendwas, was man ihnen wegnehmen kann. Und wir hatten nur den Notfallplan. Wenn das gar nicht geht, was wir ja echt ungern machen, oder halt bis jetzt eigentlich nie gemacht haben, irgendwas zu stagen so. Aber Fernsehen halt. Du willst das echt sagen? Ja, ich muss das jetzt sagen. Weil wir sind transparent und ehrlich. Ja, das stimmt. Und dann hatten wir halt den Notfallplan, dass Kalle halt einfach eine scheiß Mütze dabei hat, dass er die zur Not irgendjemandem aufsetzen kann, wenn da halt wirklich keiner mit einer Mütze oder irgendwas, was man halt klauen kann, sitzt. Und natürlich saß da keiner, der irgendwas hatte, weil die im Haus keine Mützen tragen. Ist ja auch egal. Und wenn der Hirte nämlich kommt, dann hört man, weil sein Mikro noch an ist, wie er sagt, ich setze dir das mal auf und nehme dir das gleich wieder weg. What's up? Serious? Das war übrigens auch viel zu schlecht getimt. Wir sind Los Serrafo TV und wir machen Videos für YouTube, in denen wir unter anderem mit versteckter Kamera auf die Straße gehen und Leuten kleine Streiche spielen. Achtung. Als kleines Beispiel habe ich einen Videoausschnitt mitgebracht vom Trolling Singer, der mit Gitarre bewaffnet die Leute ein bisschen ärgert. Ich setze dir mal die Mütze auf, die nehm ich dir gleich wieder weg. Ich setze dir mal die Mütze auf, die nehm ich dir gleich wieder weg. Ja, so. Das war das erste und einzige Mal, dass wir irgendeine Scheiße gestaged haben. So. Fucking Fernsehen. Fernsehen verändert einen, Leute. So, den Rest könnt ihr euch angucken. Ich fand's ganz lustig, muss ich sagen. Wir haben auch hier dann im Gespräch mit Elton danach die ein oder andere Flachsrakete gezündet und dieses ganze Konzept ein bisschen auf die Schippe genommen. Das kann man gerade leider nicht sehen, weil... Kann man nicht sehen, weil... Lieber Adblock Nutzer. Leute, nutzt kein Adblock. Okay. Ja. War's das? Das war mein Let's Watch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie lange hat der Spaß gedauert jetzt hier? Gerade eben? Fünf Minuten. Ey, es ist aber gerade eine gute Grenze. Ja, aber ich wollte halt richtig schön nochmal rausziehen. Nein, da sieht man, dass ich meine Hose anhabe. Richtig schön bin ich jetzt. Richtig schön bin ich jetzt. Oh Gott.